Ich habe den Job bei der Firma Fürcht bekommen, weil mein Stellenprofil zur Ausschreibung sich sehr überdeckt hat und weil die persönliche Chemie zu meinem Vorgesetzten von Anfang an gestimmt hat. Ich bin mir sicher, dass ich den Job damals bekommen habe, weil ich authentische war. Ich habe mich nicht verstellt. Ich habe nichts verschönt, was meine Person, meine Qualifikation angeht. Ich habe auch kritisch geäußert, wo ich vielleicht Schwierigkeiten sehen könnte am Aufgabenprofil, wo ich dann auch Hilfe benötigen werde. Für meinen persönlichen Führungsjob als Regionsleiter ist es von Vorteil, wenn man Führungserfahrung mitbringt zu unseren Unternehmen. Ich persönlich durfte eine Managementausbildung genießen im In- und im Ausland. Die Ausbildung kann breit gefächert sein, ob man aus dem Baugewerbe kommt oder aus der Kfz-Branche und Büro- oder Sachbearbeiter-Tätigkeiten sind genauso erwünscht. Wir suchen Leute, wir suchen Persönlichkeiten, die zu uns passen, von der Einstellung her, vom Wollen. Grundsätzlich, wenn jemand ehrlich und authentisch ist und die nötige Qualifikation mitbringt, würde eigentlich jede Person in unser Unternehmen passen.